Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem speziellen Video der Zockstube. Heute möchte ich mir mal Zeit nehmen, um für euch ein paar Fragen zu beantworten, die euch unter den Nägeln brennen. Viele haben mich in der Vergangenheit schon angeschrieben und mir Fragen gestellt zur Zockstube, zu mir selbst. Ja, und heute möchte ich mir mal die Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Ich habe in der Vergangenheit, ich muss mal schauen, das ist jetzt ungefähr ein Monat her, über das Community-Tab der Zockstube gefragt, was ihr denn gerne von mir wissen wollt. Und heute in dem Video werde ich auf eure Fragen eingehen. Wenn ihr euch für weitere solcher Videos interessiert, dann schreibt mir doch eure Fragen in die Kommentare. Wenn da genug zusammenkommt, werde ich auf jeden Fall das nochmal aufgreifen und ein weiteres Video machen. Da bin ich sehr gespannt, von euch zu lesen. So, und jetzt gucke ich mir einmal meinen Community-Tab an und welche Fragen von euch zusammengekommen sind. Der MrSirCaptain schreibt, moin Patrick, meine Frage ist, ob du schon YouTube hauptberuflich machst. Ich muss schon schmunzeln. Wenn nicht, als was arbeitest du denn? Außerdem wollte ich fragen, ob du mal eine Roomtour machen kannst. Viele Grüße vom Captain und noch einen schönen Abend. Bald vielleicht schon 10.000. Ja, MrSirCaptain, erstmal vielen, vielen Dank, dass du geschrieben hast. Und ja, ich freue mich natürlich auch wie Boller auf die 10.000. Ich hoffe, dass ich sie packen werde. Komme ich erstmal zu deiner ersten Frage, ob ich YouTube hauptberuflich mache. Nein, nein. Im Prinzip nutze ich im Moment meinen Hauptberuf, um YouTube zu finanzieren. Ich habe viele tolle Unterstützer, die mir, sagen wir mal, per Tipi-Stream mal Einzelüberweisungen schicken. Ich habe auch super tolle Patronen und Kanalmitglieder, die mich bei meiner Arbeit hier unterstützen. Aber insgesamt ist es so, dass YouTube für mich noch ein Zuzahlgeschäft ist. Also YouTube finanziert sich nicht selbst schon gar nicht, dass ich davon leben kann, sondern ich muss noch ordentlich reinstecken. Ich kaufe mir jedes Spiel für die Oculus Quest. Ich kaufe mir weitere Anwendungen für Oculus Link beispielsweise. Oculus Link Games, die ich euch zeigen möchte. Zubehör und natürlich die Quest und das gesamte Studio-Equipment, was ihr hier... Ne, ihr seht ja jetzt nicht alles, aber ihr wisst, was ich meine. Hier ist wirklich eine Menge in diesem Studio. Und wenn ich keinen Hauptberuf hätte, dann wäre das alles nicht möglich. Ja, und schon gar nicht, dass ich von den Einnahmen leben kann. Also ich danke natürlich jedem Unterstützer und das ist super wertvoll. Aber im Moment ist es noch in dem Maße so, dass es eher die Kosten dämpft, als dass es mir zu Einnahmen verhilft. Wenn ich nicht hauptberuflich YouTube mache, als was arbeite ich dann? Ich bin Dozent an einer Hochschule für Finanzmanagement. Jetzt zu deiner Frage, ob ich mal eine Roomtour machen könnte. Ich habe zu meinen 1000 Abos eine Roomtour gemacht. Ich könnte jetzt natürlich darüber nachdenken, auch wo du es gerade so ansprichst, zu den 10.000 Abos das mal ein bisschen abzudaten. So viel hat sich allerdings nicht geändert. Okay, die Couchen waren früher noch nicht da. Den Tresen... Hatte ich den Tresen schon? Ich glaube, bei den 1000... Ich hatte bei den 1000 auch noch nicht den Tresen. Eine neue Roomtour lohnt sich. Ich werde es mal ins Auge fassen für die 10.000 Abos. Dann schreibt der Skyrunner, was sind deiner Meinung nach die besten Oculus Store Games? Boah, das ist eine schwierige Frage aus dem Stand. Boah. Also. Ich muss sagen, das kann jetzt natürlich an der einen oder anderen Stelle auch nicht vollständig sein. Ich hatte immer sehr viel Spaß mit Shadowpoint. Ich hatte sehr viel Spaß mit Population One. Das sind so die beiden Spiele, wo ich sage, yo, die sind im Moment bei mir relativ weit vorn. Boah, das dritte fällt mir schon schwer. Das dritte fällt mir schon schwer. Ich muss sagen, dass jetzt mit den ganzen Updates echt Minimotor Racing X nach vorne gerückt ist. Also da habt ihr wirklich ein Spiel, wo ihr umfangreich Rennen gegen andere fahren könnt und auch so Arcade-Modi habt. Das ist sehr cool. Ich mag aber auch beispielsweise Dreadhalls sehr. Also bei den ersten beiden Plätzen bin ich mir sicher. Shadowpoint und Population One aus meiner Sicht. Dahinter wird es knapp. Aber was ich euch auch schon mal sagen kann, ich plane im Moment ein Video, wo die komplette Community abstimmen kann, was sind eure zehn liebsten Spiele auf der Oculus Quest. Die Ergebnisse werte ich dann im Anschluss aus und werde euch das in Form eines Videos präsentieren. Das heißt, da habt ihr dann über eine große Menge an Menschen einfach mal den Überblick, was sind die besten zehn Spiele aus Sicht der Community. Und ich glaube, das könnte gerade auch für Einsteiger ein sehr cooles Video sein. Skyrunner, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet. Dann schreibt der Thorsten Behrens Moinsen. Gemeine Frage, auch weil du durch das Hobby YouTube ja recht prägnant in der Öffentlichkeit stehst. Was sagt dein Arbeitgeber dazu? Ist er vielleicht gar ein Fan? Und haben einige deiner Studenten dich hier schon entdeckt oder auf deine YouTube-Tätigkeit angesprochen? Ja, eine ganz witzige Frage. Im Moment warte ich noch auf den Moment, dass mich wirklich ein Studi anspricht. Hör mal, ich habe dich auf YouTube gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das sind für mich so zwei Welten, die einfach nicht zusammengehören. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt im Moment an der Uni nur Online-Vorlesungen. Das heißt, ich sitze hier vorne an meinem Schreibtisch und im Hintergrund sehen die Studenten quasi das mit der Studiolampe, mit der blauen, grünen Beleuchtung, wo ich schon gefragt wurde, warum ist denn da der Greenscreen im Hintergrund? Ja, die haben das als Greenscreen gesehen. Und ich habe dann spaßeshalber gesagt, nicht das ist der Greenscreen, hier ist der Greenscreen. Und tatsächlich, ich stehe hier gerade in der Greenscreen-Ecke, da ist der Greenscreen, ja. Also die vermuten schon irgendwas, dass ich da irgendwas mache, haben die mich auch schon drauf gelöchert, aber ich lasse da nicht die Katze aus dem Sack. Was sagt mein Arbeitgeber dazu? Ja, an der Uni, beziehungsweise an der Hochschule, muss ich YouTube, wenn ich damit Einnahmen erziele, also nicht gewinnen, sondern wenn ich damit nur ein Euro verdiene, muss ich das als Nebentätigkeit anmelden. Und das habe ich natürlich getan. Mein Arbeitgeber ist jetzt, das ist eine große Hochschule, die sind weder Fan noch Nicht-Fan. Die haben gesagt, das ist eine genehmigungsfähige Nebentätigkeit und damit war das dann in Ordnung. Das reicht dann auch aus. Schreibt der VR-Lover, lohnt es sich noch eine Quest 1 zu kaufen? PS, mach weiter so, ich feier dich. Vielen Dank, VR-Lover. Nein, es lohnt sich nicht mehr eine Quest 1 zu kaufen. Wenn du eine Quest 1 kaufen möchtest, ist das unheimlich schwierig. Du kriegst die nur noch gebraucht und sie ist im Zweifel nicht viel günstiger als die Quest 2, weil die Quest 1 eben teurer war als die Quest 2. Selbst gebraucht kriegst du die dann wahrscheinlich vielleicht 50, 60, 70 Euro günstiger als eine neue Quest 2. Und die Quest 2, das habe ich in meinem Video zur Quest 2 auch dargestellt, die ist von der Performance her ungefähr beim Sechsfachen von der Quest 1. Walter Mainz schreibt, kannst du mir sagen, welche Spiele dem The Room etwa gleich kommen? Gleiches Genre und auf Deutsch. Wäre super, danke. Ja, Walter, The Room ist natürlich, was die Aufmachung angeht, ziemlich einmalig, sag ich mal. Auch im Oculus Quest Store. Es gibt natürlich ähnliche Spiele, die dann eher einen mystischen Touch haben oder wo die Ausrichtung ein bisschen anders ist. Wenn du allgemein auf Rätselgames stehst, dann lass mich mal überlegen, dann auf jeden Fall müsst. Und ich würde sagen, das, was jetzt neu rausgekommen ist, Flow Weaver könnte noch in die Richtung gehen. Aber Flow Weaver ist halt ein gutes Stück abgedrehter. Da musst du mehr probieren und es ist weniger durch Logik irgendwie zu erklären. So, die beiden Spiele würde ich jetzt sehen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten, wenn ich was vergesse und ihr dem Kollegen auch helfen wollt, immer gerne in die Kommentare damit. Dann schreibt Upcycled Pizza. Meine Fragen wären, wie kamst du auf die Idee, mit YouTube anzufangen? Ja, fange ich erstmal mit dieser Frage an. Ich bin darauf gekommen, ich hatte Bock, ich hatte Bock. Also ich war vorher, bevor ich YouTube gemacht habe, auch schon im Bereich Medien unterwegs. Ich war Podcaster. Ich bin auch immer noch Podcaster beim offiziellen deutschen Rick & Morty Podcast. Da hat mich letztens auch jemand darauf angesprochen, ob ich das wäre. Der war dann völlig aus dem Häuschen, als ich gesagt habe, ja, ich bin der Paco aus dem Rick & Morty Podcast. Und ich hatte halt, wir hatten damals auch mit dem Podcast einen YouTube-Channel, wo wir mal Let's Plays gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte das jetzt mal richtig aufziehen. Ich habe mal Bock, jetzt mir ein Thema rauszusuchen und das dann zu beackern, bis zum Gehtnichtmehr. Und da kam die Oculus Quest sehr gelegen und deswegen habe ich mich darauf gestürzt. Wie kannst du es dir leisten, wirklich jede Quest-Anwendung zu testen, beziehungsweise gibst du sie nach dem Test wieder zurück? Nein, grundsätzlich gebe ich Anwendungen nicht nach dem Test zurück. Das mache ich nicht, weil ich es arschig finden würde. Ich ziehe da meinen Nutzen draus und dann hole ich mir mein Geld zurück. Das finde ich nicht in Ordnung. Wie kann ich mir das leisten? Gute Frage. Also im Moment muss ich wirklich sagen, ich habe tolle Unterstützer, da bin ich gerade am Anfang auch schon mal drauf eingegangen, die mich via Patreon, via Kanalmitgliedschaft oder Einzelspende beispielsweise sonntags in den Livestreams immer top unterstützen. Das hilft mir natürlich enorm. Und die Differenz, die da zurückbleibt, die muss ich aus der eigenen Tasche bezahlen. Das ist jetzt inzwischen natürlich weniger als ganz am Anfang. Als die Quest rauskam, ganz am Anfang, die Quest 1, ist sie mit 50 Spielen am Start rausgekommen. Und die musste ich mir erstmal alle anschauen. Ich hatte damals nicht mal Patreon oder irgendwas in die Richtung. Das heißt, da war es natürlich dann schweineteuer. Jetzt inzwischen habe ich Unterstützer, wo ich sehr, sehr dankbar drum bin, dass ich nicht auf dem kompletten Berg der Kosten sitzen bleibe. Was sind deine Lieblingsspiele und welche spielst du am meisten im privaten Bereich? Am meisten im privaten Bereich spiele ich Population 1, Minimotor Racing X und tatsächlich Real VR Fishing. Aber nur im Multiplayer. War die Quest deine erste VR-Erfahrung und wie kam es, dass du dich so intensiv mit der Materie befasst? Die Quest war nicht meine erste VR-Erfahrung. Meine erste VR-Erfahrung war in einem Holo-Café in Düsseldorf. Da habe ich Escape the Lost Pyramid mit einem Kollegen gespielt. Das ist ein Multiplayer-VR-Game. Und wir waren beide hin und weg. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wo wir uns dann überlegt haben, hör mal, lass uns da doch nochmal hingehen. Also wir sind dann nochmal in das Holo-Café gegangen und haben die Fortsetzung davon gespielt. Dann kam ein Kollege zu Besuch. Da habe ich die PlayStation VR ausprobiert. Der hat mir Beat Saber gezeigt. Und das waren so meine ersten Erfahrungen. Aber mehr war auch vor der Oculus Quest nicht da. Das waren meine kompletten VR-Erfahrungen. Und ich hatte damals aus der Zeit der Podcast einfach Lust auf ein eigenes YouTube-Projekt. Am Anfang stand noch gar nicht fest, dass es die Oculus Quest werden wird. Und guckt euch mal die ersten Videos hier auf dem Channel an. Da sage ich die ganze Zeit, das ist hier kein Oculus Quest-Channel, sondern das ist ein Technik-Channel, wo ich mich jetzt zuerst mal mit der Oculus Quest beschäftige. Ja, das hat sich natürlich jetzt im Moment gewendet. Ich werde der Oculus Quest treu bleiben. Ihr werdet hier keinen anderen Content finden. Das war aber damals, zum Zeitpunkt, als die Zockstube entstanden ist, noch überhaupt gar nicht so klar. Dann habe ich jetzt hier ein paar Fragen, die doppelt sind. Und die würde ich dann einfach mal ein bisschen ausklinken. Weil, wenn ich jetzt hier Fragen doppelt und dreifach beantworte, ist das ja jetzt auch nicht so top für euch. Dann schreibt der Marco Reimer, moin moin, möchte unbedingt eine Quest 2 kaufen. Meine Frage, soll ich noch bis April warten, was bei den Verhandlungen mit dem Bundeskartellamt rauskommt? Oder soll ich jetzt schon auf die dubiose Art und Weise kaufen? Also erstmal möchte ich klarstellen, im Moment gibt es die Oculus Quest noch nicht in Deutschland. Sondern ihr müsst die beispielsweise über Amazon Frankreich, Amazon Italien oder beispielsweise Großbritannien kaufen. Das ist aber keine Art, eine Oculus Quest dubios zu kaufen. Ihr habt auch keine Probleme, die hier nachher zu nutzen. Ihr kauft die. Im Moment sind die Quest 2 nicht käuflich zu erwerben in Deutschland. Es ist aber völlig legitim, die im Ausland zu kaufen. Also da ist nichts Dubioses dran. Und deswegen würde ich es aus deiner Sicht auch nicht meiden. Also ich habe meine auch gekauft. Ich habe viele, viele positive Feedbacks bekommen, wo es super klappt. Es gibt inzwischen ja super viele Quest 2 Nutzer. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch, ich sage mal so, den Markt befeuern würde, wenn überhaupt die Quest 2 noch in Deutschland rauskommt. Weil alle, die die eigentlich haben wollen, haben die schon in Frankreich, Italien oder sonst wo bestellt. Dann schreibt die liebe Telrunja, guten Morgen, ich habe auch ein paar Fragen. Erste Frage, was sind deine Lieblingsspiele? Habe ich gerade schon was zugesagt? Wann gibt es limitierte, signierte Fanartikel? Telrunja, du wirst lachen. Die gibt es schon. Ich habe Sticker und Autogrammkarten. Wie es dazu gekommen ist, ich bin jetzt kein Typ, der sich hinstellt und Autogrammkarten macht, weil er denkt, boah geil, die Leute wollen Autogrammkarten von mir. Ich habe mehrere Anfragen per E-Mail gekriegt. Das war mal so geknuppelt in zwei Wochen, wo mich Leute angeschrieben haben, können wir mal eine Autogrammkarte von dir haben? Und ich war so völlig, wieso will jemand eine Autogrammkarte von mir haben? Und ich fand das eine so krasse Wertschätzung, dass ich dann gesagt habe, so ich möchte da jetzt nicht auf einer Rolle Crow-Papier unterschreiben und das zuschicken. Deswegen habe ich diese Karten drucken lassen, einmal mit dem Kopf und auf der Rückseite dann mit der Zockstube. Und dazu habe ich mir einen weißen Adding geholt, worauf ich dann vernünftig unterschreiben kann, weil wenn die Leute das gerne möchten, dann möchte ich das auch vernünftig machen. Und ja, die liegen hier rum. Ich habe davon ein paar hundert und ja, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich doch einfach an. Zusätzlich noch diese Sticker hier. Die haben ein ganz bestimmtes Maß. Auch die Sticker habe ich nicht gemacht, weil ich mir die überall hinkleben wollte, sondern auch für einen ganz speziellen Nutzen. Moment. Vielleicht kommt euch das Teil bekannt vor. Das habe ich normalerweise bei meinen Aufnahmen immer so am Kragen. Das ist ein Funk-Mikrofon, was dann wireless an die Kamera meinen Sound überträgt. Und hier steht normalerweise dick und fett Rode drauf. Und ich wollte jetzt nicht in jedem Video, dass da Rode steht und dass ich da mit Werbung laufe. Deswegen habe ich mir Sticker gemacht, die genau auf die Größe passen, dass ich das da drüber kleben kann. Und ja, ihr kennt das, ne? Wenn ein Sticker bestellen, ist doof und dann verklebt man sich mal. Und dann gab es die Mindestabnahmemenge, waren irgendwie 100, 200 Sticker. Und die habe ich jetzt. Ja, das sind dann, das sind meine Fanartikel. Ansonsten habe ich natürlich noch einen Merch-Store. Was heißt natürlich? Ich habe einen Merch-Store. Den findet ihr unter shop.diezockstube.de. Da könnt ihr natürlich auch mal nachschauen. Aber liebe Telrunja, ich weiß ja, du hast ja schon eine schöne Tasse daraus gekauft. Was mich auch sehr gefreut hat. Die Telrunja hatte sich eine Tasse geholt von der Zockstube und hat dann ein Bild auf Twitter gepostet. Wo sie die Tasse auf dem Tisch stehen hatte und im Hintergrund ein Video von mir geguckt hat. Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Das war so geil, der Tag, ich bin durch den Tag geflogen. Habt ihr Haustiere? Ja. Wir haben drei Meerschweinchen und einen Hund. Ein Kleinhund. Typ Elefantentampon. Snoopy ist das. Wieso die Quest und kein anderes Headset? Hm. Habe ich mir damals gar keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt ist es halt so. Ich fand an der Quest halt so schön, dass es Standalone war. Ich hatte auch, ich war immer, ich glaube es lag daran, dass ich Mac-User war. Oder immer noch bin. Ich hatte immer nur ein Mac und darauf geht halt kein VR. Und durch die Oculus Quest habe ich jetzt eben die Chance bekommen, solche Videos und Content zu Oculus Quest oder zu Virtual Reality mit einem Headset zu machen, wo ich nicht auf dem Windows-PC angewiesen bin. Und ja, jetzt inzwischen habe ich natürlich einen Rechner für Oculus Link Games, um euch das vernünftig zu zeigen. Aber damals hatte ich das alles nicht. Ich bin ja hier richtig Fleischwurst einfach mit der Zockstube gestartet. Einige werden sich von euch vielleicht noch erinnern. Dann fragt Telrunia noch, was erwartest du von der Quest 3 und wann denkst du, kommt die? Oculus hat bei der Vorstellung der Oculus Quest 2 schon gesagt, dass der Erneuerungszyklus künftig zwei Jahre betragen soll. Die Oculus Quest 1 wurde im September 2018 vorgestellt und die Oculus Quest 2 im September 2020. Das bedeutet, ich gehe davon aus und ich verlasse mich da auf die Aussage von Oculus zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Oculus Quest 3 bzw. der Nachfolger im September 2022 vorgestellt wird und damit auch im Jahr 2022 erscheinen wird. Was ich davon erwarte? Ich muss sagen, ich finde die Oculus Quest 2, wie sie jetzt im Moment verfügbar ist, sehr gut. Die Potenziale der Quest 2 werden im Moment noch nicht ansatzweise ausgekitzelt, sodass da jetzt, glaube ich, vom Prozessor her gar kein Nachfolger nötig wäre. Ich denke, wenn eine Quest 3 kommt, dann kriegen wir ein größeres Field of View, also dass wir nicht mehr so den Taucherbrilleneffekt haben. Und vielleicht nochmal eine etwas knackigere Auflösung. Die Quest 2 soll er jetzt schon in 120 Hz Support bekommen. Viel mehr kann man da auch, finde ich, nicht was... Wofür braucht man mehr als 120 Hz bei einem Standalone-Headset? Also da denke ich, mit der Quest 3 sollten wir auf jeden Fall eine bessere Optik, ein besseres Field of View bekommen. Ansonsten habe ich da im Prinzip keine großen, großen Wünsche, ehrlich gesagt. Dann kommen wir zur letzten Frage, die über das Community-Tab eingegangen ist, nämlich vom Volker. Moin Patrick, wie heißen nochmal deine Podcasts? Das waren doch mindestens zwei. Hatte der eine nicht ein lustiges Format à la von Kneipe zu Kneipe ziehen, ein Getränk pro Etablissement nehmen und über Gott und die Welt plaudern? Liebe Grüße, Volker. Ja, Volker, ich hatte drei Podcasts. Im Moment aktiv betreibe ich noch einen. Der erste Podcast, womit wir gestartet sind, war der Radio Kastriert-Podcast. Das war so ein Wald- und Wiesen-Podcast. Wir haben einfach über Gott und die Welt geredet. Als zweites kam der Kneipenplausch-Podcast. Da sind wir mit Kragenmikrofonen von Kneipe zu Kneipe gezogen und haben da über alles Mögliche gesprochen, über und unter der Gürtellinie. Der dritte Podcast im Bunde, das ist der Rick & Morty-Podcast. Das ist der einzige, der im Moment noch aktiv ist. Wegen der Zockstube bleibt halt unheimlich wenig Zeit übrig. Da besprechen wir wirklich detailliert Szene für Szene die Episoden von Rick & Morty und arbeiten dafür auch mit den Synchronsprechern von Rick & Morty zusammen. Sagen wir beispielsweise den Kai Taschner, den Tim Schwarzmeier, der früher auch beispielsweise Harry Potter gesprochen hat. Der Kai Taschner war aus You Don't Know Jack die Stimme vom Jack und beispielsweise die Telefonstimme von Scream hat er gesprochen. Das ist unheimlich geil, mit so welchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und zu guter Letzt noch mit dem Klaus-Peter Darmitz. Der ist, glaube ich, so am bekanntesten durch die Stimme von Tyrion Lannister in Game of Thrones. So, mit denen arbeiten wir da zusammen und das sind unsere drei Podcasts. Die Links zu den Podcasts, ich weiß nicht, ob ihr schon bemerkt habt, die sind wirklich in jeder Videobeschreibung hier mit drin als weiter empfehlenswert, sag ich mal. Ja, und das waren jetzt erstmal die Fragen, die über das Community-Tab reingekommen sind. Ich würde mich natürlich sehr dafür interessieren, ob euch dieses Format gefällt und ob ihr weitere Fragen habt. Über das Community-Tab war es natürlich so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ihr konntet euch nicht vorstellen, was habe ich damit vor. Ich kann mir durchaus vorstellen, hiervon künftig noch mehr Videos zu machen. Der Platz, um jetzt die Fragen zu sammeln, ist hier unter dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Videos dieser Art sehen wollt und schreibt mir vor allem in die Kommentare, wie euch dieses Format gefällt. Ich bin wirklich gespannt, von euch zu lesen. Ja, und das war es auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen oben da. Und ansonsten schaut doch mal in die ganzen Empfehlungen rein, die ich euch hier hinterlassen habe. Insbesondere kann ich euch die Freaks ans Herz legen. Da haben wir uns mit fünf YouTubern zusammengetan, die tollen VR-Content produzieren und die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Das Kärtchen ist hier auch irgendwo. Macht's gut und bleibt gesund.